Die sabotiert hier hinten den Aken. Asch der Welt. Scheiße, ich hab gehofft, es funktioniert. Wie knapp war's denn? Du hast sie angeschrien. Sie hat Angst. Aus Wut. Ja, kommt, halt mich mal. Wir müssen den da aus dem Keller kriegen. Ich weiß halt nicht, wo er ist, ne? Wir müssen den da aus dem Keller rauskommen. Das hätte nicht funktionieren dürfen. Hey, vorsichtig, komm nicht auf. Oh, ich war zu weit. Das war gut. Oh, dafür habe ich einen Doppelfip bekommen. Ja, den hast du...